Und es geht weiter mit Let's Play, Overlord. Ich frag mich, wo meine Schergen abgedient sind. Wo sind sie hin mit der Mana-Säule? Wahrscheinlich nach ganz hinten. Zum hintersten. Ja. Mein Mana hat zugenommen. Alles klar. Ihr habt also im Armenviertel aufgeräumt. Wir stehen in eurer Schuld her. Keine Ursache. So. Fürst Ferdinand. Ich komme. Ich sag dir doch schon. Keine Ursache. So. Dann wollen wir mal aufräumen. Bei diesem Möchtegern-Fürst. Wow. Er scheint sehr selbstverliebt zu sein. Das ist. Eine große Festung, die er hier hat. Und viele Statuen von sich. Das ist. So. Heilige Höhlen. Auf geht's. Nur noch wenige Mauern trennen uns von diesem Tyrannen, Fürst Ferdinand, dem zweiten, äh dritten, der sieben Helden. Steht der da oben schon? Ist ja das. Können dann beherrschen. Moment. Ich werde gerufen. Aber diesmal mache ich nicht so schnell Schluss. Fürst Ferdinand. Ich glaube, das ist er. Du? Du? Haben wir dich nicht tot in diesem elenden Turm zurückgelassen? Hä? Du solltest definitiv nicht ohne Einladung bei meinem Fest auftauchen. Moment. Okay, er will doch die Hochzeit feiern. Was meint er damit, tot in diesem Turm zurückgelassen? Na klar hat er das, aber... Irgendwie kapiere ich das nicht. Okay, ich mache... Ja. Vielen Dank.